Hallo, Theo ist gerade ein Brot mit Quark. Magst du auch Quark? Quark beginnt mit Q. Das ist ein besonderer Buchstabe. Theo zeigt ihn dir heute. So sieht das Q aus. Du sprichst Kuh, wie die Kuh auf der Weide. Es gibt nur ein paar Wörter mit Q. Du hörst jetzt einige, wo ein Q am Anfang steht. Du hörst Q am Anfang. Tests erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com